Einen wunderschönen guten Abend hier nach Tarberts. Gespielt haben heute Erfurt, Tarberts, Erfurt gewonnen. Zufrieden? Sehr zufrieden. Wir haben uns die ganze Rückrunde wirklich schwer getan und sind froh, dass wir jetzt endlich mal wieder zwei Punkte auf unser Konto kriegen. Prima. Wolfgang, was sagst du zum Spielen? Ja, ich denke, Erfurt hat verdient gewonnen. Wenn man auf die Doppel schaut, ist es so, dass wieder eins, zwei wieder raus sind. Dann haben wir mal oben drei Punkte gemacht. Zeit lange, aber in der Mitte Null und dann weiß man schon, dass es nicht so richtig reicht. Also verdienter Sieg für Erfurt. Es reicht die letzten Male nicht ganz so. Genau. Kopf hoch. Jürgen, du hast heute den Wunsch geäußert, mit mir ein Interview zu machen. Ja, war klar. Gab es da einen besonderen Grund? Nein, ich wollte gerne mal hier stehen mit dir. Du wolltest noch mal hier stehen mit mir. Prima. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Viel Erfolg weiterhin. Und tschüss, sagt euch eure Mutter Schade.